Ich bin Samuel Schneider, wir sind hier gerade beim EPK-Interview und ich freue mich heute Abend. Heute Abend ist die Premiere von Exit Marrakesch und ich bin hier aufgeregt und mal gucken, wie es wird. Und ja, ich hoffe mal, euch gefällt der Film und ja, was soll ich sagen, die Dreharbeiten waren anstrengend. Ich hoffe mal, es hat sich gelohnt und ich hoffe mal, ihr werdet eine schöne Reise durch Marokko haben.